Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft ISS. Die hat zwar wieder komplett in sich. Wir müssen auf dem Merkur noch das Dungeon finden, durchbatteln, Boss besiegen, die nächste Raketenstufe dort finden, Rakete craften, mit der Rakete fliegen, damit wir auch zu neuen Orten fliegen können. Wir werden uns auch noch mal vorbereiten, dass wir von Meta Overdrive zum Androiden werden können, sodass wir nicht mehr essen müssen und auch keine Luft mehr brauchen. Dass wir auch noch mal ultrakranker Leute, alles passiert in dieser Folge. Deswegen bleibt dran, es wird super spannend. Falls ihr Neuser mich noch nicht kennt, würde mich freuen, wenn ihr nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren. Dann landen auch alle weiteren Folgen in der Abo-Box. Hilft mir extrem. Vielen, vielen Dank. Heute Abend ist es auch wieder Stream. Wir werden ein bisschen weiterspielen. Und ja, damit ist alles gesagt. Let's go mit dem Video. Heute, wir haben es. Ich habe keinen Plan, wieso dieser Kompass so völlig am Durchdrehen ist. Ich bin ja hier gestartet. Dann musste ich nach oben laufen. Dann hat er sich gedreht zur Seite. Dann hat er sich hier nach oben gedreht. Dann hat er sich hier wieder gedreht. Und ich habe festgestellt, an dem Ort, wo er sich ungefähr gedreht hat, ist ein Dungeon-Eingang. Aber dann müsste ja auch hier irgendwo einer sein. Und hier müsste irgendwo einer sein, so von der Logik her. Als ob dieser Kompass, wenn man einen Dungeon erreicht hat, direkt zum nächsten schwenkt. Und ich habe aber da die Eingänge nicht gesehen. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Und hier haben wir gelbe Blöcke. Alles klar. Ja, auch allein die Sorgstoffversorgung, die dann wahrscheinlich bald Richtung zu neigen. Gut, die Elemente hätte ich auch nicht killen müssen. Aber Hamilton Enderperlen. Wir brauchen die fürs Flachs-Network. Mercury Dungeon Bricks. Alles klar. So, ich bin gespannt. Also, die Dungeons selbst sind nicht so der Hammer. Aber ich bin gespannt, was für, ähm... Nehme ich jetzt die Phaser-Rifle oder was? Ich bin gespannt, was der Boss hier drin ist. Weil das sieht mir nach einem aus, den ich bisher noch nicht bekämpft habe. Auch nicht in frühen Projekten. Auf dem Merkur war ich bisher auch noch nie so. Okay, Goldapfel plus Cheese plus Essen. Alles klar. So, dann haben wir hier nochmal... Also Endermen sind mir gerade mal egal. Oder so... Komm, ich nehme sie mit. Brauchen wir wahrscheinlich die Enderperlen. Wir brauchen die Enderperlen für unser Flachs-Network. Ich habe noch keinen Weg gefunden, da sonderlich gut irgendwie ranzukommen. Und den Asteroiden hüpfen hier mal weg. Die haben einfach nichts gedroppt. Alles klar. Da vorne ist die nächste Kiste. Aber was ist denn hier? Oh, der hat einen Tank gedroppt. Medium Oxygen Tank. Ja, weil ich nochmal Sauerstoff brauche. Ziehe ich den gleich an. Ähm, das ist eine Heavy Duty Shovel. Alles klar. Tue ich aber auch nochmal raus, würde ich sagen. Was sagt eigentlich kurz mein Strahlungslevel? Oh, ich könnte wieder einen Anti-Red Potion. Sehr gut. Dann machen wir das mal raus. OP-Apfel, ja. Keine Ahnung. Übrigens, ich habe auch hier oben noch Sauerstofftanks, ne? Ich kann auch einfach hier einen Heavy... Brauche ich den Medium? Den Medium brauche ich nicht. Den Medium brauche ich nicht. Den muss ich nicht mitschleppen. So, und jetzt kann ich hier... Den hier aber austauschen. Dann haben wir nochmal einen neuen großen. Okay. Ja, alles eingesammelt. Ich glaube ja, weiter geht's. Bei Medium darf die spawnen. Dann hier... Oh, hier sieht es nach Boss aus. Bossraum. Ja, das ist ein riesiger Magma-Schleim. Alles klar. Oh, der Knockback von der Shotgun. Boom. Ich schieße den einfach weg. Sehr schön. Oh, aber der Shotgun ist ja angenehm. Ich muss gucken, dass du nicht überhitzt. Wenn du überhitzt, dann... Kann ich da nicht mehr mitschießen. Ja, die Shotgun ist ganz gut wegen... Wegen Rückstoß. Hinten wäre die Kiste dann. Alles klar. Ja. Ja, kann man jetzt wieder streiten. Ich muss noch mal ein Thumbnail machen, wie immer. Boom. Erwischt. Ja, komm weg mit dir. Okay, der letzte Schuss, der geht auf die Sniper. Erwischt. So, erwischt. Down. Er ist down. Alles klar. Her mit dem XP. Und natürlich auch her mit dem Schlüssel, würde ich sagen. Ein Dungeon-Forky. Jetzt... Oh, ich will unbedingt... Bitte lass da die NASA... Workbench-Schematic mit der Rakete 4 ist drin sein. Und wir, wenn nicht... Gott sei Dank ist es drin. Meteoric Iron ist total interessant. Und naja, ist eigentlich alles interessant. Ich habe genug davon. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben vom Merkur auch alles, was wir brauchen. Wir können ins Questbuch reingehen. Zunächst mal gibt es auch noch einen Reward zu claimen. Ein Jukebox-Pad. Was willst du denn hier, du Creeper? Weg mit dir. Kommt schon wieder einer an. So. Die Phaser-Rife ist ganz geil. So. Noch ein Pad. Ein Tank gekriegt. Alles klar. Äh, dann als nächstes, ähm, ja, haben wir eigentlich auch hier die... Ah, stimmt, warte mal ganz kurz. Ah, okay, ich muss das Ingrid kriegen und die Schematic, das habe ich. Gut. Die Teile habe ich. Aber wir brauchen jetzt, um die Tier-4-Rakete zu bauen, teures Zeug. Tier-4-Nose-Count, auch Heavy-Duty-Blade, Tier-4. Und wir brauchen dafür mal Compressed Mercury. Ja, und das wird 1 zu 1 umgewandelt. Also das aktuelle Mercury, was ich habe, das würde ich verdoppeln. Ich kann nicht einschätzen, ob ich genug Mercury dafür habe. Mercury war. Ich habe 61 Stück. Wenn ich die nehme und, ähm, umwandele, kriege ich ja 2 Stacks von den Platten. Also ungefähr 1 Stack von den... Und ungefähr 2 Stacks Plates würde ich rauskriegen. Reicht das, um die Rakete zu bauen? 2 Stacks von diesen Plates, um diese Rakete zu machen. Also hierfür brauchen wir ja 4 sozusagen. 4 Stück für eine Heavy-Duty-Blade. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Also hier sind wieder 10 Stück drin. Da sind noch mal 4 Stück drin. 4, 5, 4, also 16 Stück drin. Plus 10 sind 26. Hier noch mal 4 sind 30. 30, 33 und dann mal 4. Uff, das wird ganz knapp. Das wird knapp. Ich würde noch ein bisschen Ärzten farmen müssen wahrscheinlich. Mercury-Or-Scan macht auch schon wieder gar keinen Sinn. Einfach weil es wieder Ultra kommt, weil es so schön war nochmal. Es ruckelt des Todes. So, wie zum Geier soll ich den Scanner hier nutzen? Jetzt ist sogar Minecraft was abgestürzt wieder. Wie zum Geier soll ich jetzt hier irgendwas finden? Wie? Wie? Ich befinde mich hier im absoluten Irgendwas. Ich finde nichts mit dem Scanner, Leute. Also wir müssen das wirklich per Hand machen. Jedenfalls hier unten haben wir noch ein bisschen was drin gefunden und so. Das ist schon ganz nett. Können wir mal mitnehmen. Aber das kannst du komplett vergessen. Da irgendwie noch anderweitig mit Scanner suchen zu wollen. Holy. Na, wir haben jedenfalls 8 Stück jetzt erstmal gesammelt. So. Aber wie gesagt, so ein Stack wäre schön. Ich budel mich einfach mal weiter. Wenn ich jetzt nur in diesem 3x3 Tunnel machst, bohr reicht die Energie. Alle Energie, alle. Ich denke mal, ich habe genug gesammelt jetzt an Mercury-Or. Aber ich hoffe es mal, also mehr als 2 Stacks haben wir auf jeden Fall. Ich habe keinen Saft mehr bei mir drin. Und die Sauerstoff geht auch zur Nalge. Wir gehen nach Hause. Zum Weiterkommen. Schematic einspeichern. Einfach hier auf den letzten Slot. Sag mal. Next. Okay, hat funktioniert. Unlock Schematic. Hat, denke ich mal, auch geklappt. Dann haben wir die freigeschaltet. Und ja. Kissen-Upgrades. Erstmal auf Goldia fertig. Jetzt noch ein bisschen Glas gleich brennen. für, ja, ich brauche gar nicht so viel Mercury. Ich kann da schon mal ein paar Platten draus machen. Mercury-Plates. Gut. Ja, uns fehlt dann einfach Glas. Sobald Glas drin ist, können wir auch hier noch ein bisschen Gas geben. Dann mache ich alles zu Crystal Chests und habe ich einfach noch mehr Speicherplatz. Weil, ja, die würden noch mal vergrößern. Obsidian-Kisten wären Blast-Resistance, wären aber gleich groß. Und Crystal Chests wären etwas größer noch mal. Gut. Ja, also ich habe halt gemerkt, sämtliche Kisten sind ja bald voll und da brauchen wir ein paar Upgrades. Auch hier Anti-Red Potions, die können wir noch mal nehmen. Und ich glaube, auf den Planeten werden wir die vermehrt brauchen. Und dann die Sache mit den Androiden. Das ist auch noch so ein Ding. Während die Sachen hier verarbeiten. Machen wir uns zum Androiden. Ich habe es eigentlich vorgehabt. Hier steht, take a red pill if you are tired of being a human. Take a blue pill to become a human. Okay. Ich brauche aber auch so eine Android... Bevor ich das mache, ich mache mal die Sachen. Android Station. Die brauchen wir, glaube ich, um uns aufzuladen. Weil ich laufe dann auf Strom und muss dann Saft haben. Lass mal ganz kurz gucken, ob wir das gecraftet kriegen. Android... Android... Station. Äh, ja. Da brauche ich auf jeden Fall einen Inscriber. Die ganzen Maschinen, da komme ich nicht drum rum. Plates, Tritanium. Okay, ich habe nicht genug Tritanium dafür. Das gibt es auf der Erde. Ich glaube, ich muss zur Erde Tritanium fahren. Ja, okay. Dann machen wir doch noch nicht jetzt Android. Aber im Laufe... Ja, das Projekt, wenn wir noch Android machen, würde ich sagen. Dann zunächst mal. Ähm, Batterie für Strom. Und Quest Claiming. Das heißt, auch für die NASA... Äh, für das T4-Ding. Research Paper. Research Paper, Research Paper, Research, Research, Research. Wir schalten ganz viele neue Sachen frei. Und die müssen jetzt alle einmal durchgescannt werden. Das kann ein bisschen dauern. Fallen wir mal rein. Als erstes mache ich mal Jupiter. Komm, Jupiter hat Priorität. Da ist Jupiter. So, Batterien. Ich glaube, ich kann drei researchen. Und da ist die Batterie, da muss ich nochmal neu aufladen. Und dann schalten wir jetzt mal alles frei. Ja, Leute. Dann machen wir uns auch mal los. Alles eingescannt. Wir zerstören die alte Rakete. Wollen wir hoffen, dass ich keine neuen Materialien brauche. Oder... Oder warte mal. Nee, stopp. Leute. Die Tier 3 Rocket behalten wir. Ich mache mir eine komplett neue. Weil wir haben ja jetzt Dash zum Wegschmeißen. Wir haben Meteorog Iron zum Wegschmeißen. Dann habe ich ja am wenigsten die Heavy Duty Blades. Oh, komm, wir machen eine neue. Die 3er behalte ich einfach mal. Für den Anfang. Glaub ich. Wir schauen mal, ob wir das hinkriegen. Die Rakete zumindest anfangs hier mal so hinzukriegen. Zum Teil. Hier kommt Titanium-Ingels rein. Ich tue mir die Platten auch raus. Auch das Compress-Station alles. 1, 2, 3, 4. Okay. Hat funktioniert. Dann für die Spitze. Hat funktioniert. Ich befürchte, dass die Tanks hier ein bisschen ekelhaft werden. Aber ja, ja, ja. Hier der Klassiker wieder. Oxygen-Vent. Hat geklappt. Dann brauchen wir Flinten-Steel. Wahrscheinlich. Ich brauche nur so viele Flinten-Steels hier drin. Genau. Raketentriebwerk aus Flinten-Steel. Läuft ein Button. Und jetzt haben wir hier die Tier 4 Rocket Engine. Jetzt brauchen wir noch diese Tier 4 Booster. Eigentlich noch fast machbar. Jetzt brauche ich hier zwei Stück hiervon. Braucht das Ding Wolle? Nee. Die brauchen, doch, die brauchen auch. Die brauchen aber Orangene Wolle, ne? Die brauchen Orangene Wolle und Filled Fuel-Kanister. Die Fuel-Kanister, damit kann ich die. Habe ich hier. Aber die Orangene Wolle. Dafür brauche ich halt wieder roten Farbstoff. Habe ich irgendwo noch Farbstoff? Nein. Habe ich Dandelions? Ja. Das können wir, glaube ich, auch durchkompressen. Und dann gibt es mehr Farbstoff. Oder, nee, Pulverizen. Dann brauche ich noch Poppies. Habe ich auch drei. Und dann würde ich mal sagen, Pulverizer. Man pulverizt mir das Zeug. Da gibt es ein bisschen mehr raus als nur eins. Nämlich vier Stück. Geil. So. Ja, komm, die letzte behalte ich gerade mal. Und die auch nochmal zwei Stück oder so. Und dann craften wir das zusammen. Gibt es Orange und Farbstoff, würde ich sagen. Also das machen wir mal weg. Den. Und den. Eigentlich reicht zwei. Deswegen belasse ich es erstmal bei zwei. Dann brauchen wir Orange und eine Wolle. Eins. Zwei. Funktioniert. Und dann craften wir die Booster. Hier haben wir einen. Leerer Kalister raus. Den würde ich dann halt nutzen für. Dings und so. Warum wieder Treibstoffauswand? Kurz, was fehlt hier unten? Wieder ein Oxygen-Vend? Ja. Ich dachte, ich hätte eigentlich mehr gemacht. So, und dann haben wir auch die Booster. Leute, wir haben die Rakete mehr oder weniger fertig. Wir ziehen hier die Heavy-Duty-Blades raus. Auch hier nochmal. Das reicht. Leute, wir haben die Stufe 4 Rakete. Next, next, next. Next. Genau. So, Achtung, bereit. Flip, 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 flip. Perfekt. Die hat sich so schnell zusammengebaut. Leute, Level 4 Rocket. Wir brauchen aber auch noch in Stufe 2 Launchpad, um da weiterzukommen. Ja, wir müssen die mal in die Hand nehmen. Das sieht doch schon wieder ein bisschen anders aus. Ich werde sie allerdings noch nicht platzieren können, denke ich. Sie sieht so richtig dick aus. Dick und sick. Ja. Das, ja. Launchpad. Uff, Leute. Also das ging ja super günstig. Einfach Kompress-Titanium und Titanium. WT. Das können wir machen. Wir können die auch gleich mal auftanken, alles Mögliche. Oh, Moment, Leute. Kann das, kann das sein? Wir brauchen 5x5. Das heißt, diese Maschine wird jetzt, ja, hm, eins nach hinten versetzt. Wir müssen das Ding eins nach hinten versetzen. Ich brauche jetzt die 5x5-Fläche. Und dann bauen wir das auf. Bitte lass den Treibstoff da drin nicht verschwinden, der drin war. Ich glaube, er tut es allerdings. Da kann ich hier jetzt entspannt, sodass von da Flüssigkeit, von da Strom reinkommt. Ich glaube übrigens, ich habe ein Kabel verloren, das ist runtergefallen. Kann ich es noch einholen? Ist nicht so wichtig im Zweifelsfall. Also irgendwo hier ist ein Item runtergefallen. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Glaube ich. Ich habe es jedenfalls nicht eingesammelt. Egal. Jetzt bauen wir das Launchpad auf. Und dann gucken wir mal, was das für eine Rakete ist. Und zwar Launchpad. Ah, Moment. Ich brauche ja noch mehr davon. Ich brauche ja gar keine 10, ich schon nie. Wir brauchen doch jetzt, ähm, mehr. 25. Ich habe schon mal 15 neue geholt. Jetzt bin ich gespannt. Das heißt doch im Klartext, dass die Rakete absolut riesig sein wird, ne? Pass auf. Die nächste Rakete gleich einmal ausgepackt. Und, ja, sieht gut aus. Wird erkannt. Boom. Yo. Yo. Ähm, das ist nochmal ganz was anderes. Sie hat auch gar kein Fenster mehr, ne? Nö. Oh, oh, lol. Das Kabel lag hier oben. Ich habe es schon gewundert. Ja. Darf ich mir vorstellen, das ist die Rakete, die uns zum Jupiter bringt. Und wahrscheinlich noch viel weiter hinaus. So, Leute. Holy Moody. Wir starten mit der Tier 4 Rakete. Und zwar, wir starten damit mal zur Erde nochmal. Denn wir müssen Tritanium Awe sammeln. Yo, das raucht hier richtig ab. Wir müssen Tritanium Awe sammeln. Und, ähm, damit machen wir uns die ganzen Androiden Sachen. Und, ja, dann werden wir zum Androiden brauchen. Kein Sauerstoff mehr. Das wäre doch auch genial. Das ist kein Sauerstoff, kein Essen, nur noch mit Strom. Und dafür muss ich aber erstmal ordentlich Ressourcen sammeln. Was machen wir jetzt? Ab zur Erde. Tritanium gibt es nämlich dort. Overworld. Launch. So, dann falle ich auch direkt wieder runter. Okay. Ja, dann, ähm, hoch. Ah, ich habe mein Paket überholt. Sehr gut. Ich habe ein Boot wieder dabei. Und wir schwimmen da einfach irgendwo hin. Und sind am meinen. Kann ich ja am nächsten Ufer machen. Einfach runterkramen oder so. Für die Energieproduktion. Ich habe Anomalien gefunden. Dumm nur, dass die irgendwie im Wasser sind. Da ist eine Anomalie. Und hier vorne ist auch ein Abit. Gibt es nicht noch welche an Land? Sind die immer nur so tief? Sind mit dem Boot direkt drüber. Hallo, darf ich vorstellen? Hier unten ist einfach ein schwarzes Loch. Kannst du hier so schön sehen, wenn ich jetzt hier drunter hänge. Aber hier seht ihr das. Ja, da gibt es die nur so low in der Erde. Und dann muss ich es halt irgendwie trockenlegen und dann außenrum was machen. Naja. Dann kramen wir uns mal hier rein. Oder ich suche generell mal nach Anomalien. Weil hier im Meer ist ja easy, aber... Sekunde, was haben wir denn da unten? Sieht aus wie ein riesiges Endportal. Ne, ich glaube das ist Öl oder sowas. Kann das sein? Ja, kann sein, dass das Öl ist. Da hinten ist nochmal eine Anomalie. Was ist denn dieser dunkle Fleck? Ja, das ist Öl. Das sieht aus wie Öl unten. Es gibt auch da ein dunkles, schwarzes Loch. Doch, da hinten über sind hier im Ozean so Teile. Warum geht es nicht in der Oberland? Ansonsten halt nach Cave, das ist die Sache. Aber ich würde sagen, wir machen es dann im... Was ist mit dem Ding los? Wir machen es im Ozean. Let's go. Leute, zwischen mir und meinem Tritanium ist wieder was gefährliches. Ein... Ihr kommt für die besten... Achtung, es wird ein bisschen laut. Ich mache mal volle Lautstärke, passt auf. Da haben wir doch jetzt wieder unseren T-Rex und Laser Creeper. T-Rex mit Laser Creeper obendrauf. Oh, der ging richtig gut down. Oh. Könnt ihr wieder so ein T-Rex machen mit Eiern. Ich will unbedingt auf meinem Todesstern ein T-Rex. Oh mein Gott, Leute. Ich bin gerade unterirdisch und eine Kraft zieht mich hier nach vorne. Es ist ein schwarzes Loch. Ich habe ein schwarzes Loch gefunden. Das heißt, hier werde ich auf jeden Fall den Reaktor machen oder so. Waypoint. Kann ich hier irgendeinen Teleporter machen oder so, der dir hingeht. Energie, soweit so gut. So, und dann müssen wir hier... Jetzt geht es aber ab, hier wieder mal zumachen so. Wird er weglaufen können. Er kann auch mal Terri reinfüttern. Da müsste es wachsen. Stück für Stück. Da ist aber nichts mehr. Da oben vielleicht noch... Also weiter Tritanium. Wir haben insgesamt 18 Stück. Das reicht aber, glaube ich, noch nicht. 35 Erze. Das ist schon mal nice. Ich kann nur Folgendes machen bei dem schwarzen Loch hier. Wir füttern es allerdings mit eher Schrott. Also Reefstone. Rottenflesh. Diorit. Ich muss wirklich Vorsicht werfen. Granit. Deep Cobblestone. So. Auf das es steigt. Jetzt mache ich gleich mal Folgendes. Ich muss auffassen, dass jetzt meine Shiker-Box nicht mit weggezogen wird. Ich werde jetzt mal den Space Warper-Core einfach mal irgendwie hier so hinlocken. Auf die Koordinate oder sowas. Hier hin. Kann ich? Space Dimension Data Added. You can only add Dimension Data at once. Okay. Jetzt habe ich hier die Koordinaten drauf. Ja. Und was kann ich jetzt genau damit machen? Ich habe jetzt hier dieses... ähm... Dieses... Dieses... Nicht Rocket Launch Pad. Auch hier drin dieses Teleport Pad. muss ich das Teleport Pad bei mir auf die Base setzen, dann da drauf gehen und ich werde immer hierhin gewarpt. Oder muss ich auch hier so ein Teleport Pad haben? Das wäre nochmal gut zu wissen, aber... Ich habe das Ding da gesetzt und man hatte mir gesagt mit dem Warp Pad, ich will Folgendes machen. Ich würde hier Raketen starten und hier warpen. Das heißt, wir nehmen das Ding einmal mit, bauen das Warp Pad jetzt hier auf. Ja, da reicht doch ein 3x3. Das Ding braucht dann... Juhu... Das Ding braucht Strom, aber erst muss ich hier... Space Warper Core Required. Ja, habe ich. Ja, und wie kann ich das jetzt hier reindrücken? Ich brauche so ein Core. Ja, und habe ich. Was damit? Funktioniert nicht. Okay, ich werde es noch rauskriegen. Okay, also Haupthand muss auch leer. Ich habe nur gedacht, die Off-Wert nicht. Jetzt kann ich hier einen Space Warper reinlegen. So, und da muss ich dann halt Energie ranzapfen. Von wo kann ich da Energie ranführen? Von unten? Hups, das ist so weit nach oben geflogen. Eine Batterie, ja, könnten wir einfügen. Aber ich würde gerne mal gucken, wie das von unten aussieht. Aha! Da habe ich doch einen Übeltäter gefunden. Von hier unten müssen wir Strom reinführen. Ja, muss ich gucken, ob ich immer noch ein Kabel übrig habe oder so. Und dann haben wir den Teleport, um mal da hin zu können. Das ist doch schon mal ganz gut, würde ich sagen. Aber, Leute, ihr seid bestimmt genauso gespannt wie ich. Hier haben wir dieser, oder hier haben wir die Material. Wir werden das jetzt umarbeiten und diese ganzen Sachen bauen, die wir brauchen, zum Androiden werden. Also eine Ladestation, das Equipment selbst haben wir, glaube ich. Weil wir haben ja mal selten auch legendäre Rüstungsteile von diesen Androiden auf der Erde gefunden. Und das, ja, müssen wir mal gucken. Ich verarbeite mal das ganze Material. Leute, wir haben es. Also zumindest jetzt noch ein letztes Craft & Rezept. Die Charging Station geht durch. War recht teuer. Aber vor allem auch die Delizium-Kristalle hätte ich die nicht mitgenommen. Ich bin echt ganz am Limit. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Android Station und Charging Station. Die Charging ist zum Aufladen, oder? Muss ich einfach hier ranlaufen? Das Ding lädt mich dann auf. Habe ich das richtig verstanden? Ich kann es nicht abbauen. Nein! Das braucht ja ewig. Ich habe hier nicht das richtige Tool zum Abbauen von dem Ding. Oh nein, das geht kaputt, wenn ich es jetzt abbaue. Aber gibt es doch bestimmt eine Ranch. Von dem Tritanium Ranch. Ah, okay, mit Shift-Rechts-Klick, okay. Das macht es. Okay, 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 okay. Damit können wir arbeiten. So, und jetzt die Überlegung. Ich würde sagen, wir chargen uns hier vorne. Das heißt, hier kommt der Charger hin. Ja, hier kommt diese Android-Station hin. Access denied. Biological entity detected. Access denied. Zugang verboten. Es wurde ein biologisches Wesen entdeckt. Nur ein Androide kann auf die Android-Station zugreifen. Alles andere ist nicht erlaubt. Das macht schon Sinn. Dann werden wir uns jetzt gleich mal selbst auf den OP-Tisch legen und ein bisschen an uns rumschrauben. Und dann lege ich mich hin, reiße mir die Arme aus und stecke mir so eine Roboterarm wieder ran. Eigentlich bin ich ja kein Freund von Selbstexperimenten, aber wir gucken mal, wie weit wir gleich kommen. Und ich muss, ich habe kein Essen mehr, aber wir brauchen jetzt gleich kein Essen mehr. Leute, perfekt, mein Essen geht aus. Das sind die letzten vier Brote, die ich noch habe. Und, okay, Leute, jetzt wisst ihr das Eigentliche. In der Zukunft, wenn wir auf den Raumstationen im Weltall leben, wird eine Hungersnot über uns herfallen, die uns dazu zwingt, unseren Körper zu Maschinenteilen zu ändern, da man relativ einfach Sonnenenergie sammeln kann. Von der Sonne dort hinten, aber sieht es von hier aus nicht. Und das wird der Grund sein, weshalb die Menschen anfangen, von biologischen, ja, aus biologischer Materie zu bestehen, zu mechanischen oder elektrischen Sachen zu wechseln. Alles klar. Folgendes, ich muss trotzdem mit den Kabeln ein bisschen gucken. Und zwar, ich hätte gerne die großen Wires. Kann ich mal einen ganzen Batzen machen. Und ich würde auch nochmal ganz kurz hier Wireblöcke machen, sodass wir durch Dinger durch können. Also, mal hier drunter, würde ich sagen. Einfach nur diesen Block. Den Wireblock. Übrigens, diesen Kompass hier, das war für Dungeons, den muss ich jetzt gar nicht mitschleppen. So, und genauso mache ich hier drunter so einen Wireblock. Würde ich sagen. So, und jetzt kann ich da von unten ein Kabel dran setzen. Allerdings auch mit, ohne die Schuhe. Und ansonsten falle ich wie ein Stein nach unten. Ups, ich bin da jetzt wieder schwere Loser, wie wir es anfänglich hatten. Ja, wie machen wir denn das? Also, hier muss auf jeden Fall auch nochmal Strom hin. Daran muss ich auch denken. Eigentlich kann ich doch auch hier so ein Ding machen. Einfach nur, weil das dann mehr Sinn macht. Ja, und jetzt müssen wir verkabeln. Das heißt, Hälfte Aluminium Wire. So. Dann gehen wir jetzt hiervon in die... Na, nee, siehst du, das dachte ich mir, dass ich da nicht reinklicken kann. In die Mitte, ja. Auch hier gehen wir in die Mitte, ja. So, damit das einigermaßen gut aussieht. Jetzt kann ich doch hier drüben anzapfen bestimmt. Das heißt, wir gehen hier weiter. Ich hüpfe einfach so hier. Jetzt fehlen mir die Kabel. Ja, ich fahre einfach mal. Mir fehlen die Kabel. Ich kann aber doch hier safe wieder machen. Ähm, die dicken. Wire. Heavy Aluminium Wire. Ich habe keine Wolle mehr, dann... Ja, genau, natürlich sind jetzt hier Mobs. Erzählt mir keinen. Dann machen wir mal ein bisschen Wolle hier. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ich werde einen kleinen Folgen schon machen. Und direkt in der nächsten Folge werden wir das umsetzen, hauen die Pille rein und werden zum Androiden. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.